Skeletor. Das war mein Spitzname früher, als ich noch tanzen war. Ich hab nämlich jahrelang Step-Tanz gemacht. In Vegas. Soll ich dir jetzt glauben? Ja, das ist wirklich so. Alter, du warst so eine Vegas-Hure. Es war eine harte Zeit, ey. Ich war zusammen mit Bergy da. Das war klar. Das war so klar. Ist das Boba Fett? Der Doktor ist ein Überfall. Level B?